Heute wollen wir verstehen, wie die Presentation API im Zusammenhang mit dem IIIF-Manifest funktioniert, die Elemente, die in einem Manifest enthalten sind, sowie das Datenformat JSON-LD, in dem die IIIF-Manifeste verfasst sind. Dieses Grundlagenwissen erlaubt es, eigene Manifeste zu erstellen. So können auch einzelne Seiten und Fragmente zusammengeführt und angeordnet werden, selbst dann, wenn sie aus unterschiedlichen Werken stammen oder bei verschiedenen Institutionen gespeichert sind. Das kann zum Beispiel relevant sein, wenn man Briefe nach Datum sortieren möchte oder fehlende Seiten in einem Werk ergänzen will. Die Presentation API ist neben der Image API eine weitere REST-Schnittstelle von IIIF, über die Manifeste und Collections bei einem Server abgerufen werden. Wie schon die Image API ist auch die Presentation API auf die Abfrage bestimmter Elemente eines Werks spezialisiert. Die Elemente umfassen zum Beispiel die Metadaten, das heißt die Beschreibung eines Werks, seine Gliederung, also die Anordnung der Seiten, sowie Annotationen und Transkriptionen. Wie wir wissen, entspricht ein IIIF-Manifest einem einzelnen Werk. Die von der Presentation API abzufragenden Inhalte sind darin klar definiert und folgen einer festen Struktur. Schauen wir uns an, welche Inhalte, auch Resource Types genannt, in einem Manifest enthalten sind. Der erste Resource Type ist das sogenannte Canvas. Ein Canvas ist eine Art virtuelle Leinwand, auf der weitere Resource Types schichtweise platziert sind. Das kann zum Beispiel ein Bild, also Image sein, oder die Transkription eines Texts, oder Annotationen, die das Image kommentieren. Bei Büchern ist jede Seite eines Werks durch ein eigenes Canvas repräsentiert. Das Manifest eines digitalisierten Buchs besteht also aus mehreren aufeinanderfolgenden Canvases und den darauf montierten Resource Types. Damit die Seitenfolge eines Buchs korrekt durch die Presentation API abgerufen werden kann und zum Beispiel auch hebräische oder arabische Texte richtig dargestellt werden, legt die Sequence die Leserechtung von links nach rechts oder von rechts nach links fest. Kleine Anmerkung, die Sequence wird in Version 3.0 der Presentation API als Range bezeichnet. Wo findet sich dieser Aufbau im IIIF Manifest wieder? Wie gesagt, ist die Presentation API wie auch die Image API eine REST-Schnittstelle. Der Austausch von Daten zwischen Bildserver und Client findet dabei auf Basis der URL, oder genauer, der URI eines einzelnen IIIF Manifests statt. Das zugrunde liegende Format, das bei diesem Austausch die Basis bildet, ist JSON-LD. Ein IIIF Manifest ist also nichts anderes als eine JSON-Datei. JSON ist ein häufig verwendetes Textformat für die Kommunikation zwischen Client und Server. Da es sehr wenig Datenvolumen braucht, ist es besser verwendbar als XML. Auch lässt es sich problemlos in verschiedenen Programmiersprachen wie JavaScript, PHP oder Python verarbeiten. Typisch für JSON ist die Abfolge von sogenannten Objekten, Arrays und Key-Value-Pairs. Zunächst ist da das Objekt. Ein Objekt kann sich aus weiteren Objekten zusammensetzen. In einem Objekt enthaltene Objekte werden in einem sogenannten Array gelistet. Ein Objekt verfügt zudem über ihm eigene Eigenschaften. Diese werden in den Key-Value-Pairs erfasst. Der Key definiert die Eigenschaft, der Value den Wert. Dabei kann der Wert eine beliebige Zeichenabfolge sein, wie zum Beispiel ein Identifier, eine Webadresse, ein einfacher numerischer Wert oder auch ein Name. Objekte, Arrays und Key-Value-Pairs sind durch Symbole eindeutig identifizierbar. Objekte werden mit geschweiften Klammern dargestellt, Arrays sind an den eckigen Klammern erkennbar. Keys und Values sind je in Anführungszeichen eingesetzt und werden durch einen Doppelpunkt voneinander getrennt. JSON-LD erweitert die Möglichkeiten von JSON um Linked Data. Jedes Objekt verfügt über einen eigenen Identifier. Damit kann auch jedes Objekt in einer eigenen JSON-Datei erfasst werden, die als solche individuell lokalisierbar und abrufbar ist. Übertragen wir dies auf ein IIIF-Manifest. Ein IIIF-Manifest ist ein Objekt mit eigenem Identifier, der Manifest URI. Im Manifest gelistet sind weitere Objekte, wie Canvases, Images, Annotationen oder Transkriptionen. Sie entsprechen also den zuvor beschriebenen Resource Types. Und auch sie verfügen über je eigener Identifier und sind als JSON-Dateien individuell abrufbar. Dieses Prinzip von ineinander verschachtelten Objekten setzt sich auch auf höherer Ebene fort. IIIF-Collections sind ebenfalls Objekte mit eigenen URIs. In der JSON-Datei einer Collection müssen lediglich die URIs der Manifeste in einem Array gelistet werden. Sie können dann individuell abgerufen werden. Ruft man ein solches Manifest auf, erhält man die Ansicht aller in ihm enthaltenen Objekte, also sämtlicher Canvases. Ruft man eine Seite auf, erhält man eine Einzelansicht des Canvas und der darauf montierten Objekte wie Image, Annotationen und Transkriptionen. Die Presentation API von IIIF ist verantwortlich dafür, IIIF-spezifische Objekte abzurufen und im Client zusammenzusetzen, abhängig davon, auf welcher Ebene man sich befindet – Collection, Manifest, Canvas oder einzelne Resource Types wie Images, Annotationen oder Transkriptionen. Jedes Objekt verfügt über eine eigene JSON-Datei mit eigenem Identifier. Dies erlaubt eine enorme Flexibilität, wenn man mit einzelnen Objekten arbeiten will oder gar eigene Manifeste erstellen möchte. 2 3 4 5 5 5 5 6 6 7